So Leute, Assalamu alaikum. Ich bin jetzt gerade in Berlin angekommen. Ihr seht, wir stehen voreinander. Ihr habt alles mitbekommen. Es ist in den letzten Tagen viel Feuer passiert. Ja, von seiner Seite aus, von meiner Seite aus. Er hat gesagt, komm nach Berlin. Ich bin gekommen. Er ist gekommen. Wir stehen beide wie Männer hier. Aber wie ihr seht, man kann trotzdem alles noch mit Reit wehren. Wir haben uns die Hand gereicht. Es sind hier Zeugen dabei. Es sind Brüder von ihnen, es sind Brüder von uns dabei, die auch gesagt haben, wenn ihr wollt, kommt. Macht einen fairen Kampf. Wenn ihr nichts auf dem Herzen habt, wenn nichts passiert ist, erklärt das wie anständige Leute. Dieses Video ist hier auch kein ihn oder mich, klein oder groß machen. Das ist ein Nasirah für euch. Lernt daraus, dass es Probleme gibt, die man mit Frieden kehren kann. Aber ein Nasirah für euch ist, das kann auch anders ausgehen. Es gibt Leute, die kommen zu euch oder ihr geht zu Leuten und dann kann viel Schlimmeres passieren. Merkt euch das. Inshallah, wir haben ein Heil gemacht. Es ist nichts Großartiges passiert. Jetzt haben Leute versucht, Fitness zu stiften. Inshallah soll das eine Lehre sein. Und inshallah macht der Bruder auch bei keinem mehr Ansage. Und lernt einfach daraus, wenn der Bruder auch was zu sagen hat, soll er auch was dazu sagen. Leute, auf jeden Fall, wir haben alles geklärt. Macht keinen Fitnah hier. Es ist fair. In dem Falle Leute, Assalamu alaikum. Freiheit inshallah. Inshallah, hey Leute.